Ich bin ja auch sprachlos, also, ich kann da gar nichts zu sagen, ehrlich gesagt, irgendwie außer einfach nur ein aus tiefstem, tiefstem Herzen super ernst gemeintes, auf einem unglaublich steinigen Ruppelweg beschrittenes, sehr viel Opfer auf diesem Weg gebrachtes von meiner Seite. Danke schön. Danke, danke, danke Cupimmunity. Ihr seid die Leute, die diesen Kanal zu einem der geilsten Orte auf Twitch machen. Und dafür habe ich jetzt ein Video für euch von Mother Chris. Danke, danke. Danke, danke. So, und gleich im Anschluss, direkt danach, noch das Video, was mich, als ich es das erste Mal gesehen habe, ich muss natürlich vorher immer alles einmal sehen. Ich muss ja sagen, ich meine, ganz ehrlich, hier die Streamer bei KupiTV stehen natürlich dahinter, so gerne ich Mother Chris auch mag und ihm vertraue, was alles angeht. Ich muss trotzdem einmal kurz gegengucken, ob ich das denn so zeigen kann in der Form. Und ich muss sagen, das Video hat mir so einen kleinen Kloß im Hals verursacht, als ich das gesehen habe. Also, ich werde den Bildschirm hier schwarz lassen und einmal das Video zeigen. Danke, Leute. Hi, Kupi. Herzlichen Glückwunsch. Du bist Partner. Du hast es geschafft. Sau geil. Und mit der Community, das läuft ja alles spitze und mir gefällt es auch richtig gut. Mir macht es richtig Spaß, immer zuzuschauen bei euch. Und mach einfach weiter so. Genau, so Eisen und Bina, echt top, was ihr macht. Es gefällt mir richtig gut. Nimmt euch weiter noch viel Erfolg. Von eurem Snack, alles Gute. Mach einfach weiter so. Und reingeschauen, reingehauen. Kupi, Bina und Eisen. Ich bin's, der Chris. Ich wollte euch nochmal alles Gute zur Partnerschaft wünschen und euch für die ganze coole Zeit bedanken. Hallo Kupi, Eisen und Bina. Ich wünsche euch alles Gute. Und freue mich, dass ihr jetzt Partner bei Piltich geworden seid. Macht die nächsten Jahre so weiter. Alles Gute, Alex. Lieber Kupi, endlich hast du dein erstes Etappenziel erreicht. Ich freue mich, dass ich ein Teil dieses ersten Abschnitt sein konnte und verspreche dir, dir Bina und Eisen treu zu bleiben. Wenn du dir meinen kleinen Webcam-Auschnitt anguckst, weißt du übrigens auch endlich, warum ich so wenig schreibe. Viele Grüße, dein Kermit. Ohne Meldung, Kupi-Stream-Team. Herzlichen Glückwunsch zur Partnerschaft. Kupi, Bina und Eisen, ihr habt es euch redlich verdient. Ich möchte auf diesem Wege auch nochmal Danke sagen für die vielen, vielen, vielen tollen Stunden, die ihr mir schon bereitet habt und sicher auch der gesamten anderen Kupi-Munity. Bleibt dabei, macht so weiter. Ich finde euch spitze. Hey Kupi, ich wünsche dir alles Gute zu deiner Twitch-Partnerschaft. Bleib so wie du bist, mach weiter so. Deine Sendungen sind richtig cool. Alles Gute von Major. Hey Kupi, Bina und Eisen, ihr ist Fairplayer. Ich wünsche euch alles Gute zur Partnerschaft. Was ich in deinem Stream so liebe, Kupi, ist, dass du so interaktiv mit der Kupi-Munity bist und dass du auch aktiv den Chat mitliest und Fragen beantwortest, so gut es geht. Ich bin stolz, einen Teil der kleinen, aber feinen Kupi-Munity zu sein. Bleibt wie ihr seid und macht weiter so. Hallo Kupi, ich wünsche dir auch alles, 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 alles Gute zur Partnerschaft. Alles Glückwünsche, die ich nur geben kann. Du hast es dir wirklich hart, hart erkämpft und bist ja schon ein Veteran bei Twitch. Und du hast es dir auch wirklich verdient. Und ich bin froh, Teil davon zu sein. Wir schaffen das jetzt und wir geben jetzt Vollgas und auf alles, was da noch kommen mag. Grüße und Pinguin ist auch immer dabei. On this wonderful day, I think it was back in May. Or was it two days away? What the hell did I want to say? Ah, yes, it was something about a community. Um, and me congratulating on this great opportunity. Was it someone's birthday? No, my mind is a bloody overflow. Huh? Who's watching me? Kupi! Hey! What? You got partnered by Twitch? No way! Hey! That's some bloody great news, okay? For one, you deserve it, I must say. And now that you're finally famous and rich. With Bina and Aizen. You're owning this Twitch. And red are the roses. Red are tomatoes. I wish you success. Yes, let's roll the potatoes. Kupi. Zu guter letzt wollte ich mich auch nochmal bei dir und natürlich auch bei Bina und Aizen bedanken. Für die schöne Zeit, die wir hier gemeinsam verbringen. Jeden Tag. Außer Samstag. Und dort auch nur ab und zu. Es ist unglaublich, was du, beziehungsweise ihr drei mittlerweile um euch herum aufgebaut habt. Und was wir natürlich auch unserer tollen Community verdanken, die einfach unglaublich toll ist. Wenn man in den Channel kommt, fühlt man sich gleich wie unter guten Freunden. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele tolle und nette Leute dadurch kennengelernt. Was ich einfach unglaublich toll finde in dieser Zeit, in der halt das Internet so mächtig ist, sag ich mal. Also, danke nochmal im Namen von uns allen. Und Kupi, ich glaube, du hast da sowas vergessen, nämlich, wie wäre es mal, wenn du anfängst zu streamen, hm? Also, haust rein und fang jetzt an. Ja, mache ich, mache ich. Junge, Junge, Junge. Ja, also ganz ehrlich, als ich das, warte mal, ich mache, weil ich wieder käme an, so. Als ich das gesehen habe, ich war echt krass gerührt. Also, es war echt einfach der Wahnsinn. Danke, danke, Masakris. Danke, danke, alle, die hier ihr Wort, sag ich mal, und ihr Bild zum Teil beigesteuert haben. Herzlichen, herzlichen Dank. Ich war wirklich gerührt. Und natürlich auch noch ein Dankeschön an alle anderen, die hier immer zuschauen, die immer dabei sind, die den Kanal hier und den Chat zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Und natürlich auch nochmal ein extra Danke an das unglaublich hilfreiche und kompetente Moderatoren-Team unter der Leitung von unserem Chef-Moderator Pyro. Echt nochmal herzlichen Dank an alle, die hier irgendwie ihren Teil beigetragen haben. Und wenn es durch einfach zuschauen ist, durch ihre Unterstützung, durch Spenden, durch Werbung, durch einfach alles. Leute, ihr seid einfach nur der absolute Wahnsinn. So. Leute. Ich kann, ich habe einen Sub verpasst während der Videos. Zwei Subs verpasst während der Videos. Das ist ja der Wahnsinn, was hier heute los ist. Also herzlichen, herzlichen Dank und herzlich willkommen in der VIP-Coop-Community. Jola, Dankeschön für die Unterstützung. Und Tilsa, herzlich willkommen in der VIP-Coop-Community. Schön, dass ihr da seid. Junge, Junge, schön, dass ihr immer noch da seid. Dass ihr extra da seid, sagen wir es mal so. Junge, Junge, Junge. Ja, ähm, ja, ähm, das ist ein, ich kann, ich finde keine Worte, ganz ehrlich. Also ich habe auch extra keine Musik angemacht hier im Hintergrund, dass einfach nur hier geredet wird, kurz. So. Und jetzt kommt auch Watch Dogs. Wir starten jetzt einfach mal. Nö? Ja, Schattenmensch. Wir haben es hier gemeinsam geschafft, auf jeden Fall. Herzlichen, herzlichen Dank, Schattenmensch. Und auch von den Zuschauern, danke Community und danke Kupi Eisen und Bina. Och, Deadly Döner, Dankeschön, Dankeschön. Kupi, ich bin ja Cheftroll. Natürlich, Greenstyle. Ähm, wenn ich Sub höre, denke ich immer an Subway und bekomme Hunger. Hm, Subscriber, Abos oder wie wollen wir das nennen? Nee, Subscriber, Sub, Sub ist so die Kurzversion, kann man schnell sagen, Sub. Subway, aber Subway schmeckt auch gut, ne Möhner, ne? Aber bist du nicht eher ein Döner? Ein Döner? Vorliebender Möhner? Hm. Genau, Watch Kupi. So, ah, auch im Auge kurz, ah. So, machen wir hier mal kurz den Titel, Hacker Kupi. So, sollte funktioniert haben, hoffe ich. Ja, hoffen wir es mal. Ja, Ryan.